In einer Freikirche aufgewachsen, fernab vom Schmerz. Doch dann kam der Tag, der alles verändert hat. 9-11, das war der Wendepunkt für mich. Ich begann zu hinterfragen, das normale Denken bricht. Auf einer langen Reise zur Wahrheit und Erkenntnis, suche ich nach Antworten auf den Weg zur Gerechtigkeit. Auf einer langen Reise zur Wahrheit und tiefer Erkenntnis, folge ich dem Ruf, der mich zur Freiheit führen wird. Auf einer langen Reise zur Wahrheit und Erkenntnis, suche ich nach Antworten auf den Weg zur Gerechtigkeit. Auf einer langen Reise zur Wahrheit und tiefer Erkenntnis, folge ich dem Ruf, der mich zur Freiheit führen wird.